Was wäre, wenn wir alles absetzen? Wie kommst du drauf? Einfach ohne nicht zu entscheiden? Du warst ja nicht da. Ich finde das ziemlich gewagt. Erika! Ich kann einfach nicht aufhören, ein zweites Kind zu denken. Für dich. Lora, du bist schwanger. Gehen wir jetzt neue Jeans kaufen? Dora, du musst uns ganz genau erzählen, was passiert ist. Scheidenpäbelchen ist schön. Ich will auch heiraten. Fahren wir nach Las Vegas? Klar. Wer soll sich ums Kind kümmern? Ich. Aber du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Sie ist behindert. Könnte man das nicht von vielen behaupten? Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Aber du bist die beste Mama.